Widerspricht 1. Timotheus der Lehre der Auserwählung. Wir lesen einmal 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 7. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nation im Glauben und Wahrheit. Nun, in dem Kontext geht es darum, oder ich erwähne erstmal nochmal hier das scheinbare Problem. Will Gott, dass alle Menschen gerettet werden? Die Frage, ist es hier eigentlich der besondere Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden? Und dann ist die Frage, warum werden nicht alle Menschen gerettet? Hat es dann doch etwas mit dem freien Willen der Menschen zu tun, denen Gott das Angebot macht, aber sie wollen nicht? Und Gott wünschte sich eigentlich, dass sie zum Glauben kommen, aber er will die Willensfreiheit nicht übergehen. Nun, im Kontext geht es darum, dass man für alle Menschen beten soll. Also, wir lesen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt müssen wir überlegen, was meint denn alle? Meint es, dass jeder einzelne Mensch gerettet werden soll? Nun, der Kontext geht es darum, kommt auch alle vor. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagen und getan werden, hört einmal, für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Nun, wenn wir das Gleiche anwenden, die gleiche Definition von alle, dann fordert Paulus uns auf, für jeden einzelnen Menschen zu beten. Aber, hier wird gezeigt, nee, sollen gebetet werden für alle Menschen, das heißt, für alle ohne Unterschied. Selbst für Könige, selbst für die Politiker, selbst für die, die vielleicht, wo wir sagen, ach nee, mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun. Nicht für jeden einzelnen Menschen, sondern für alle unterschiedlichen Menschen, selbst die scheinbar so feindseligen und heidnischen Könige und Regierungsbeamten. Hier geht es darum, dass Paulus sagt, Gott hat geplant, dass Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern gerettet werden. Dass aus allen Menschen, von jedem Gebiet, von allen unterschiedlichen Ständen Menschen gerettet werden. Nicht nur die Juden. Nun, wenn wir bedenken, das große Problem in Ephesus, was Paulus hier im 1. Timotheus anspricht, ist, da gab es Gesetzeslehrer, also vermutlich jüdische Lehrer, die ein besonderes Interesse an Streitigkeiten über die Geschlechtsregister hatten. Das heißt, sie haben versucht, hier eine besondere Betonung auch, was für eine Abstammung hat man, aus welcher Familie stammt man, wie kommt man da zusammen, wer hat vielleicht doch trotzdem noch irgendwie das Recht, zu sagen, ja, ich habe einen Anteil an Gott. Aber Paulus, er sagt, nein, nein, ich möchte, dass ihr für alle Menschen betet. Sogar für die Könige. Wo die Leute sich an den Kopf fassen würden, die haben mit Sicherheit nichts zu tun mit dem Evangelium. Nun, warum ist das Paulus wichtig? Auch wieder, hier im Kontext wird das ziemlich deutlich, wenn wir einmal hinschauen. Er sagt nämlich, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es gibt für den König, für die Regierungsbeamten, es gibt für die Griechen, für die Römer, für die unterschiedlichen Völker, es gibt keinen anderen Gott und es gibt keinen anderen Mittler für sie. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, das ist aber nur der König der Juden. Es ist nur der Gott des jüdischen Volkes. Nein, einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Und Gott will, dass aus allen Völkern, von allen Menschen, welche gerettet werden. Und das ist einer der größten Streitpunkte in der neutestamentlichen Gemeinde im ersten Jahrhundert. Und deswegen sagt Paulus, dafür bin ich eingesetzt worden als Herold, also jemand, der verkündet, und Apostel, und jetzt ist es so wunderbar, er muss das betonen. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht als Lehrer der Nationen. Weil das so ein Streitpunkt war, was die Nationen, die unreinen Völker, die sollen verkündet bekommen, dass Christus ihr Weg zu Gott sein kann. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht als Lehrer der Nationen. Ja, dass du ein Verkündiger bist, okay, dass du ein Apostel bist, alles klar. Was? Ein Lehrer der Nationen? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden? Unmöglich. Also hier geht es nicht darum, dass Gott sich eigentlich insgeheim wünscht, dass jeder einzelne Mensch zum Glauben kommt, sondern dass das auch für die, die aus anderen Nationen kommen, die auch aus Stellungen, wo man sagt, da haben wir überhaupt keine Hoffnung, dass man doch selbst für solche betet, weil Gott auch aus denen er wählt hat zum Heil und es keinen anderen Retter gibt als Jesus Christus. 2 3 4 5 5 6 6 6 7